Zwei Tage lang stimmt sich die britische Partei UKIP auf die Parlamentswahl Anfang Mai ein. Die EU- und Einwanderungsfeindliche Unabhängigkeitspartei war letztes Jahr bei der Europawahl stärkste Kraft geworden. Dazu wird es dieses Jahr nicht kommen, aber sie kann anderen Parteien schwer schaden, vor allem den regierenden konservativen Tories. Man müsste sich von der EU trennen und wieder selbst die Grenzen überwachen, sagt der Parteichef. Nur so könne man den Briten geben, was die allermeisten von ihnen wollten. Für die Entscheidung über die Einwanderung wolle man ein Punktesystem wie in Australien. Neue Umfragen zeigen UKIP aber so schwach wie lange nicht mehr. Außerdem macht es das britische Wahlrecht kleineren Parteien schwer, Parlamentssitze zu erobern. Parteilisten gibt es nicht. Nach Westminster zieht in jenem Wahlkreis einfach der Kandidat mit den meisten Stimmen. Und da, wo er die Songliothek verletzt wird, dann kann man ihn bei der Sitz. Das ist das니까, was ich, was der Frau von der Sitz. Nein, weil ich noch nicht mehr, dass sie in der Sitz.